Wolfram Eilenberger ist ein deutscher Publizist und Philosoph. Leben und Wirken Eilenberger wurde 1972 in Freiburg im Breisgau geboren. Er studierte Philosophie, Psychologie und Romanistik in Heidelberg, Turku und Zürich. 2008 wurde er in Zürich mit einer von Michael Hampe betreuten Arbeit zur Kulturphilosophie Michael Bachtens zum Doktor der Philosophie promoviert. Eilenberger ist seit 1999 als Publizist tätig. Unter anderem mit seinen Kolumnen Etikat in der Wochenzeitung Die Zeit und Laie aus dem Elfenbeinturm im Berliner Tagesspiegel. In den Jahren 2003 bis 2010 arbeitete er als philosophischer Korrespondent für das Monatsmagazin Cicero. Eilenbergers publizistisches Schaffen zeichnet sich durch eine Anwendung philosophischer Perspektiven auf Fragen der Politik, der Alltagskultur und des Sports aus. Darüber hinaus ist er Autor zahlreicher philosophischer Sachbücher, die in verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Im Frühjahr 2010 erschien bei Blanvalet sein Buch »Finnen von Sinn«, von einem, der auszog eine finnische Frau zu heiraten, das 17 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste stand. Das Buch erschien im Frühjahr 2011 bei Siltaler Publishing auf Finnisch und entwickelte sich in Finnland ebenfalls rasch zum Bestseller. Von 2010 bis 2012 lehrte Eilenberger an der University of Toronto, Kanada. Er ist mit der Finnistin und ehemaligen finnischen Basketball-Nationalspielerin Pia Peiviö verheiratet. Eilenberger lebt mit seiner Familie in Berlin und Kopenhagen. Im Jahre 2011 wurde Eilenberger für sein Buch »Philosophie für alle, die noch etwas vorhaben« mit dem Mindelheimer Philosophie-Preis ausgezeichnet. Seit 2011 ist er Chefredakteur des Philosophie-Magazin. Eilenberger ist Mitglied der Programmleitung des Philosophie-Festivals Phil Koloin. Seit 2007 ist Eilenberger, der eine Trainerlizenz des DFB besitzt, aktives Mitglied der deutschen Autoren-Nationalmannschaft Autonama. Mehrmals war er als Fußball-Experte U.A.R., in den TV-Sendungen Doppelpass und Sky90 zu Gast. Er schreibt seit Mai 2015 die monatliche Fußball-Kolumne Eilenbergers Kabin-Predigt auf Zeit Online. Eilenbergers Kritik an Jürgen Klopp und Borussia Dortmund im Januar 2015 sorgte für mediales Aufsehen. Klopps Gestaltungskraft sei verbraucht und der BVB der Hinrunde 2014-15. war kein Verein mehr, sondern eine Sekte. Und zwar mit allen klassischen Attributen. Artikulationsverbote, totale Gemeinschafts-Suggestion, unbedingter Erlöser-Glaube. Eilenberger ist Fan des FC Bayern München. Er warf dem Verein aber vor, seine Identität aufs Spiel zu setzen. Eilenberger sprach sich für eine Rückkehr Uli Hoeneß aus und kritisierte insbesondere das Wirken des Sportdirektors Matthias Sammer. Dieser zerstöre emotionale Nähe, die einen Fan zum Fan macht. Noch drei weitere Jahre mit Pape auf der Bank und Sammer am Mikro und dieser Verein ist emotional am Ende. Einen Aufschrei löste am 9. Februar 2016 ein Artikel von Eilenberger mit dem Titel Handball. Die Alternative für Deutschland bei Zeit Online aus. Mit Formulierungen wie 100% Kartoffel deutsche Leistungsbereitschaft und wenn Fußball Merkel ist, ist Handball Petri. Wurde Handball als ein sportvolkstümmelnder Rheinhausspießer kritisiert. Mit weit über 500 Einträgen innerhalb von 48 Stunden allein auf der Kommentarfunktion der Zeit löste der Artikel, in dem die Mannschaft des frisch gebackenen Handball-Europameisters Deutschland von Eilenberger mit Begriffen wie blutnah, widerständig und kartoffeldeutsch belegt wurde, einen Shitstorm aus. Eine Erwiderung der Handballszene ließ nicht lange auf sich warten. Unter der Überschrift Weltanschauung, versenkt im Sehnsuchtsloch oder Kabinenpredigt für Eilenberger, vermisste Christian Cimala, Chefredakteur des Online-Magazins handball-world.com, Bei Eilenberger Respekt vor den Handball-Sportlern, Werke, Philosophie für alle, die noch etwas vorhaben, Berlin Verlag 2005 ISBN 978-38270-05816, Lob des Tores 40 Flanken in Fußball-Philosophie, BVT 2006 und 2008, Das ist Not Amerika, Philosophen sprechen über die Lage des Landes, Mathes und Zeits 2008, Das Werden des Menschen im Wort, eine Studie zur Kulturphilosophie M. M. Bartens, Kronos 2009, Kleine Menschen, große Fragen, 20 philosophische Fragen für die Erwachsenen von morgen und heute, Berlin Verlag 2009, Finn von Sinn, von einem, der auszog, eine finnische Frau zu heiraten, Blanvalet 2010, Kanada kann mich mal, von einem, der mit seinen Kindern in die Ferne zog, Blanvalet August 2012, Wolfram Eilenberger, der Tatort und die Philosophie, Schlauer werden mit der beliebtesten Fernsehserie, Tropen, Stuttgart 2014, ISBN 978-3608-503272.